Jede von uns kennt es. Geschwistern streiten sich immer wieder mal. Das ist normal. Dass man sich als Eltern darüber aufregt, auch. Unser Tipp. Als Eltern müssen sie nicht bei jedem Streit sofort eingreifen. So können sie ihren Kindern beibringen, Konflikte selbstständiger zu lösen. Helfen sie erst dann, wenn ein Kind um Hilfe bittet. Sie können dann eine Frage stellen wie, was ist passiert oder wie kann ich euch helfen? Für mich sind Fragen wie, wer hat angefangen. Fragen sie lieber, wer möchte aufhören. So werfen wir heute jetzt einfach auf mitstreiten. Wenn ihr hilfreich für die Beziehung der Kinder untereinander ist, wenn Eltern immer einem grösseren Geschwistern die Schuld haben und etwas sagen wie, du bist der Ältere, von dir erwarte ich, richtet sie stattdessen den Blick nach vorne. Was braucht ihr jetzt, damit ihr wieder spielen könnt? Könnt ihr zusammen weiterspielen oder ist es einfacher, wenn ihr eine Willi für euch allein spielt? Okay, dann gehe ich halt in mein Zimmer. No. Der und weitere Tipps im Schweizer Elternmagazin Fritz und Fränzi. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020